hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem what i read next im monat januar das erste what i read next sub voting des jahres und ich habe mir vier wundervolle bücher ausgesucht auf die ich mich tatsächlich sehr sehr freue also diesmal ist es mir wirklich egal welches buch gewinnt weil ich auf jedes richtig richtig große lust habe es ist kein zwang aber es ist trotzdem ein 23 für 23 spezial video das heißt egal wie ihr euch entscheidet ich werde auf jeden fall ein häkchen hinter meine 23 für 23 liste machen können starten wir auch direkt mit dem ersten buch dass ich von der lieben tatjana zu weihnachten geschenkt bekommen habe don't love me von lena kiefer und ihr wisst ich liebe lena kiefer ich liebe ihre bücher und diese reihe habe ich tatsächlich noch nicht gelesen und deshalb werde ich das auch dieses jahr angriff nehmen das war eigentlich ein win-win dass ich dieses buch auf meine 23 liste gesetzt habe weil diesen haken den werde ich so was von machen ob ihr sitzt diesen monat auswählt oder nicht ich werde es auf jeden fall recht zeitnah lesen es geht um kenzie in dem buch kennt sie ist nicht gerade begeistert davon in den schottischen highlands ihr design praktikum zu absolvieren doch als sie bei ihrem ersten auftrag dem jungen erben der luxus hotelkette begegnet ändert sich alles der attraktive leil fasziniert sie von der ersten minute an doch welches geheimnis verbirgt sich hinter seinem abweisenden verhalten leil bleibt einen sommer um sich am stamm sitzt seiner altehrwürdigen familie zu bewähren gelingt ihm das nicht ist seine zukunft in gefahr als er der design studenten kenzie begegnet gerät sein plan ins wanken denn ihre anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen doch keiner weiß besser als er wie verhängnisvoll eine beziehung zu ihm für sie enden könnte buch nummer eins buch nummer zwei verknüpfe ich tatsächlich auch mit tatjana weil sie das buch wahrscheinlich mitlesen wird das ist sebastian 46 der heimweg da habe ich euch ja schon erklärt warum ich dieses buch gekauft habe kurzfassung wir wollten unbedingt einen thriller lesen tatjana nicht wir wollten unbedingt einen fitzegg zum ersten mal lesen weil wir beide noch niemals im fitzegg gelesen haben sie hat sich das buch gekauft und ich habe es vercheckt deshalb habe ich es jetzt nachgeholt und deshalb werden wir das dieses jahr auf jeden fall in angriff nehmen aber um was geht es in der heimweg wer das datum seines todes kennt hat mit dem sterben schon begonnen samstag kurz vor mitternacht jules tanberg sitzt am begleittelefon ein service für frauen die nachts auf ihrem heimweg angst bekommen und eine beruhigende stimme brauchen sowie klarer die junge frau glaubt von einem psychopathen verfolgt zu werden der vor wochen mit blut ein datum auf ihre schlafzimmerwand malte klarer todestag und dieser tag bricht gerade an buch nummer zwei bei buch nummer drei wird es magisch cards of love die magie des todes von der lieben nena tramutani ich mag ja ihren schreibstil total und weiß auch nicht warum ich diese reihe nicht endlich man so befreie ich habe beide bände da man zwei sogar in der limit edition fehltrug auflage da steht hier nämlich anderer untertext oder untertitel als hier da wurde am anfang ein bisschen schmuh betrieben aber bei papiermangel in der aktuellen zeit hätte ich es auch nicht geändert also hätte ich auch gesagt wir bringen das trotzdem auf den markt aber darum soll es jetzt hier nicht gehen sondern um das buch und ich erzähle euch um was es geht ein plötzlicher todesfall ein ehrwürdiges grand hotel in venedig ein stockwerk das von seltsamen schauspielern bewohnt wird julietta die ihnen die karten legt und auf der suche nach antworten ist malvolio der sie in seinen band zieht noch an julietta nichts von der gefahr die hinter seinen worten lauert die gefahr nicht nur ihr herz sondern alles zu verlieren band eins der die logie übrigens buch nummer drei und last but not least buch nummer vier wird tatsächlich auch noch mal magisch the witches of silent creek ich hatte das buch ja auf meiner weihnachtswunschliste habe es natürlich nicht zu weihnachten bekommen und trotzdem ist es hier kelse bris ja ich bin nämlich direkt am 2 januar zur buchhandlung gestopft und habe mir das buch gekauft weil ich so 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 viel bock habe es zu lesen also ich sage ja es ist mir wirklich diesmal egal welches buch auswählt weil jedes für mich einen ganz besonderen ja antrieb hat eine ganz besondere motivation dahinter steckt also ich lege mein schicksal in eure hände ihr dürft entscheiden ich habe lust auf alle wie immer das habe ich letztens auch zu evie gesagt ich habe die lust auf 1000 bücher zu lesen und dann sitze ich auf der couch und daddel an meinem handy und versumpfe in meinem handy und habe keins davon gelesen story of my life aber kommen wir zu the witches of silent creek und dessen inhalt hinten steht nur we are the children of witches they could not burn kein klappentext der klappentext ist hier vorne drin wie schön dieses buch aufgemacht ist es ist unfassbar nach dem mysteriösen tod ihrer eltern zieht es hell nah in die heimat ihrer mutter nach silent creek einer rätselhaften kleinstadt an der schottischen küste was die junge studentin nicht weiß an diesem rauen ort ist nichts normal in silent creek herrschen düstere kräfte die hell vor allem in the rail bernet zu glauben spürt das wird jetzt schon ein zungenbrecher wenn ich das jedes mal lese ich sag's euch ihrem hochmütigen geheimnisvollen und erschreckend attraktiven kommen die tonen am creeks college ausgerechnet er rettet er jedoch in einem verheerenden moment das leben hell wird klar dass dunkle mächte wirklich existieren und die menschen bedrohen und das schlimmste sie fühlt sie in sich selbst buch nummer vier wie immer gibt es noch mal einen schnell durchlauf buch nummer eins wäre don't love me von lena kiefer buch nummer zwei wäre der heimweg von sebastian fitzegg in der limited edition mit schwarzen buchstück nur so by the way buch nummer drei wäre cards of love von nena tramuntani und buch nummer vier wäre 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 the witches of silent creek von einer date wie immer liegt es in eurer hand und wie immer muss ich euch auch noch updaten ob ich ja das subvoting von dezember geschafft habe ihr habt da like ice we break ausgewählt und wer meinen lesemonat bereits gesehen hat der diese woche raus kam oder online kam der hat gesehen dass ich like ice we break gelesen habe und damit kann ich das ja verbuchen und sagen ich habe zwei sub votings nicht geschafft und zehn bücher die ihr ausgewählt habe ich gelesen das ist denke ich ein sehr guter schnitt und damit verabschiede ich mich jetzt auch heute von euch ihr habt jetzt wieder an der hand ihr dürft entscheiden was ich im januar im ersten voting lesen werde für free und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder tschüss